Äh, Digga? Hä? Da drin ist ein Safe. Ja, dann knack ich mal das Schlotz. Aua! Alter, dein Ernst! Wirklich! Alter, wirklich, Masti! Dein Ernst! Warum machst du das immer? Stirb! Was machst denn du? Ja, die Bienen abfackeln! Aua, 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 ich brenn! Ja, gut, dass du brennst, du Penner, Alter! Alter, die Verbrennungen sind viel schlimmer als Bienenstiche. Bist du nicht bescheuert? Ein Weibbrand. Ja, ist doch schön. Schau mal, was da steht. Was? Hard Head Area. Aha. Was soll ich jetzt darunter verstehen? Harter Kopf. Ah, ja. Ne, ne, harter Hut. Ja. Äh, hier, hier ist ein Zeichen. Ja, ich bin da schon drin. Ja, ich bin schon drin. Nimm die Kohle. Öffne... Nein! Öffne doch den... Öffne doch den... Nein! Hoffentlich ist für dich nichts drin. Nichts. Einfach mal nichts. So ein Sack bist du mir. Jedes Mal... Was? Bienen auf den Hals hetzt. Wespen, Digga. Wespen. So, jetzt... Gehen wir John in den Arsch treten. Alles klar. Oder? Ja. Wir gehen jetzt sowas von John in den Arsch treten. Und dafür gehen wir aber als erstes da hoch, oder? Springen von da oben runter. Okay, das machen wir. Los. Da müssen wir aber... Müssen wir aber ganz schön weit hoch. Egal. Das machen wir jetzt. Scheisse. Jetzt nirgends hoch. Erreiche. False End. Was war das? Was? Oh nein, ein Adler. Oh Gott. Ein Weißkopf Adler. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Weißt du was das heißt? Rucksack nehmen. Oh, Digga. Was? Oh, schönes Teil. Wie öffnet man den, 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 den Wingsuit? Mit Shift, oder? Mit Shift, ja. Mhm. Sicher? Nämlich. Ja, dann springen du als erstes. Nee, nee, du musst zuerst. Ja. Schaffst du das bis Falls End? Keine Ahnung. Das ist so ein gutes Stück. Also ich wäre von weiter oben runter gesprungen. Aber geht gar nicht. Eben. Ich sag nicht, dass wir das schaffen. Digga, beeil dich mal. Ich entferne mich zu weit von meinem Partner. Ja, ich bin schon unterwegs. So weit kommst du da eh nicht, Digga. Wer schießt denn da jetzt schon wieder? Ich sterbe gleich, wenn du sie kommst. Ich bin doch auch am sterben. Oh, ist das behindert. Da wärst du halt nicht so schnell gleich gesprungen. Du hast gesagt, spring zuerst. Ja, aber wir sollten schon gemeinsam springen. Wir sollten schon gemeinsam springen. Du hast mir nicht geglaubt, dass es mit Shift geht. Naja, ist ja gut. Zack. Ah. Ein Geschenk. Nice, oder? Was war das? Munition. Danke. Cool. Hey, warum schießt du denn auf den armen Kerl? Ich hab auf den Adler geschossen. Ach so. Aber ich weiß nicht, wo der runter ist. Also komm. Ich hab ein Auto gefunden, mit dem wir jetzt zu John fahren. Alles klar. Ähm. Wie komm ich denn jetzt zu dir rüber? Alter, wieso stand Zaun? Fahr mal hier durch den Zaun. Okay, okay, ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Komm schon. Ja. Ich bin ja schon da. Ah. Da rennt er, guck ihn dir an. Ich kann da nicht rüber schießen. Ich lass ihn mal kurz frei. Okay. Danke. Bitte. Was ist mit dem jetzt wieder los? Die Sekte ist richtig scharf darauf, dich hochzunehmen. Was? Nein, bleib hier jetzt. Nein, du bleibst jetzt hier. Nein, du wolltest mit mir reden. Hey, du klaust nicht mein Auto. Dein fucking Ernst. Ah, diese Leute hier. Kein Benehmen. Wie die Frau wieder fährt. Komm jetzt verdammt nochmal her. Die Sekte hat diese Supersoldaten namens die Auserwählten. Sie kontrollieren den Luftraum und greifen alle wieder... Oh, ja, meine Güte, kann ich auch mal mit dir reden, ohne dass du immer aufhörst zu reden. War's das? Ach, danke. Kann ich jetzt noch einmal mit dir reden? Nein. Jetzt bleib hier. Ist okay, wenn John dich tätowiert hat? Muss ja keiner wissen. Sieht mal... Was? Ach, dann lass mich doch in Ruhe. Was will die? Entlasten. Was zur Hölle? Was sind das? Raketen? War's die? Du bewegst ja rein. Oh Gott! Wo bist du schon wieder? Wirklich? Alter! Hör doch auf, Mann! Hey, ist da jemand? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ach, natürlich. Du schießt hier mit dem Mörser rum. Wo bist du? Hier. Tu doch nicht so. Jetzt können wir laufen wegen dir. Digga, dir ist schon klar, dass ich grad... Du warst da und ich bin hingekommen. Kommt der denn jetzt wieder her? Tötet sie alle! Tötet sie alle! Tötet sie alle! Okay, los. Ah, echt. Jetzt müssen wir wegen dir laufen. Nein, wegen dir müssen wir laufen, weil du mit... Ich war doch gar nicht da! Natürlich warst du da. Pfeif dir mal was zum Rennen rein. Ah, ja. Warte ich. Ja. Spielt Versteckspielen. Bitte! Ich brauche Hilfe! Ja, ich kann dich nicht befreien! Ich kann dich nicht befreien! Blöde Schlampe! Alter, da steht Töte keine Zivilisten. Ja, ja. Ach, ist das herrlich. Chaos ist äh... Großgeschrieben! Gott! Rüberschwimmen! Dann retten wir wenigstens den! Okay. Du wirst Buße tun. Ich werd Buße tun. Ich weiß nicht, woher diese Angels kommen, aber meine Schwägerin glaubt. Sie kämen aus Nolans Flyshop. Sie sahen Menschen hineingehen und Angels herauskommen. Okay, alles klar. No Man's Shop. Bye bye, der Profi. Fleischer. In ner Fleischerei! Nee, nee, Fliegerei, Digga. Gibt's kein Boot hier irgendwo? Wir können uns ein Boot holen. Hier, ich geh mal ganz kurz zu dem Verkäufer hier. Ja, ich muss auch mal ein paar Sachen kurz verkaufen. Wenn du Geld ausgeben willst... Ja, ja, ich will Geld ausgeben. Erstmal will ich wieder VERKAUFEN! Nice. Gut. Und dann... ...kauf ich mir keine Maske, sondern... Wollte schon sagen, warum rennst du schon wieder in so komischen Klamotten rum? Ich bin ein bisschen schwimmen. Ah, okay. Da drüben gibt's Boote. Boote, Boote, Boote! So. Dann hol mal ein Boote... Oh nein. Oh nein. Was kommt hierher? Ein Wolf! Hey, lass die Frau in Ruhe! Scheiß Wolf! Der Hund bellt halt einfach nur den Wolf an. Wuff, wuff. Da. Okay, also fahren wir mit dem Boot jetzt nach Falls End, ja? Ja. Und du meinst, das geht? Ja, setz dich mal hinten drauf. Ich denke, da ist ein Gewehr. Ein... Ein dickes. Ja, ja. Das ist einer von uns, fahr! Ja, du kannst dich gleich hier halten. Hier, 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 halt! Und das geht schon wieder ab. Du schießt immer auf die Zivilisten. Ja, weil die einfach viel zu schnell irgendwie um die Kurve fahren. Ja, dann schieß doch gar nicht auf sie. Das ist ja gut. Wer hat denn vorher die Zivilisten... Alter! Was? Du hast die rumpelknüppel. Habe ich gar nicht. Hast du wohl. So, ich... Ich sehe da vorne. Falls End. Nein, da wo diese Antenne ist. Da ist Falls End. Scharfschütze! Scharfschütze! Machen weg! Ähm... Meine Schüsse gehen wohl nicht so weit. Da. Okay. So. Ein bisschen Ruhe wieder genießen. Oh! Wenn mal was hier steht. Ja. Nehmen wir den mit? Ja. Oh. Das finden die aber nicht so cool. Okay. Aber... Steig ein, steig ein! Eigentlich soweit war es gar nicht mehr, aber egal. Komm, wir kümmern an. Bald End. Jetzt kommen wir, John. Jetzt wirst du sterben. Ah, siehst du? Das war die Glocke, wo du vorher gehört hast. Was? Was? Tod von oben! Was? Ah, nein! Oder? Mein Flugzeug wird beschädigt! Ein Drecksack. Was ist mit dem... Okay, wir haben den Heli irgendwie... Okay. Wer schießt denn jetzt? Aua! Der Pegis! Wer denn sonst? Ah, da kommt ein Traktor noch! Kann man nicht... Mal ein Bild nur... Das ist down. Das ist down! Das? Was? Aua! Da ist auch noch einer. Hubschrauber. Bist du mich verkack' Eier? Egal, wir gehen jetzt zu John. Okay, wir gehen zu John. Hey, warte, hier liegt eine Karte. Wie komm' ich da rein? Wie komm' ich da rein? Kannst du hier irgendwie reingehen? Vielleicht von oben. Äh... Nein? Hä, wie komm' ich hier rein? Äh... Oh, ist das schön hier? Ach, du bist über den Balkon rein. Ah, okay. Ja, ich bin nicht drin. Ach, du bist nicht... Das ist doch mal schön, oder? So ein Gläschen Wein. Ah, okay. Vielleicht kommt man erst später rein. Hier ist nämlich auch noch eine Karte. Hier, in jedem Laden ist eine Karte. Warum ist da überall zu? Hä? Hier war doch früher überall auf. Hat er alles zugemacht? Wenn John wahrscheinlich weg ist, dann... Dann geben wir ihm jetzt mal Ja sagen. Gut. Ja, für seinen Tod. Yes, we can. Oh, ja. Ja. Oh, wie nett. Okay. Rein. Geh du schon mal rein, ich warte. Oua! Autsch! Oh, hallo. Was? Halt still. Ich möchte Jezorn schreiben, nicht kaum. Die Sünde. Die Sünde muss bekannt sein, um vergeben zu werden. Denn verbergen wir... ...unsere Sünde... ...verbergen wir uns selbst. Du wirst dich nicht länger verbergen. Dein wahres Weg... ...ergießt... ...sich über den Boden, damit alle es sehen. Ah. 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 Perfekt. Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, bringen wir den Berg zum Propheten. Fangen wir an! Scheiße. Wir haben sie auch erwischt, verdammt. Und ihn! Ich dachte, ein bekanntes Gesicht machte die Entsühnung leichter. Liebe Gläubige. Wir sind hier versammelt, um zu bezeugen. Liebe Gläubige, wir sind hier versammelt, um zu bezeugen... ...Wie die willigen Buße für ihre Sünden tun. Wie die Willigen Buße für ihre Sünden tun. Legst du, Nick Rye, deine Hand auf das Wort von Joseph? Legst du, Nick Rye, deine Hand auf das Wort von Joseph? Ach, fick dich! Nee, ich unterwerf mich niemals diesem Psychopathen. Und da ist sie. Gier. Du denkst immer nur an dich selbst. Scheiße. Nick. Ja. Ja, ich tu Buße. Was? Was zur Hölle? Fuck. Ist die Macht der Sia? Kranker Wichser. Wenn deine Sünden nachklimmt. Die Macht. Ich befreie. Legst du, Deputy, deine Hand auf das Wort von Joseph? Legst du, Deputy, deine Hand auf das Wort von Joseph? Bekennst deine Sünden und gibst deine Verfehlungen zu. Bekennst deine Sünden und gibst deine Verfehlungen zu. Sag ja. Nein. Es ist nur ein Wort. Nein. Hört ich nicht. Und? Was machst du, wenn ich's nicht mach? Scheiße. Er kann doch nichts dafür. Ja. Waffe! Jesus! Los, siehst! Rejoin zu den Array! Doch, 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 mal! Jetzt geht's ab! Schieß, Masti, schieß! Bin schon dabei, bin dabei, bin dabei. Aua, aua. John darf nicht entkommen! Oh, den Pater hat's erwischt. Hier auch jemand. Ich hol den Pater wieder hoch. Ich hol sie hier hoch. Ich schau dir was. Oua. Alter, alter, alter! Oh ja! Ach, scheiße, das war ja einer von uns. Fuck. Ist den hochholen. Nein! Wir müssen ihm hinterher! Schnell, schnell! Der Pater, der Lens kommt! Schloss ihm nach! Ja, 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 ja! Komm schon! Los geht's! Ich muss schon sagen, das war ein Steig in den verdammten Lasser! Fahr doch! Fahr doch! Los, 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 los! Warum fährt sie nicht? Ich mach dir die Booting an! Egal, egal, egal! Scheiß drauf! Ach so, das sind unsere. Ah, Gott, doch mal! Wow! Wow! Ach, du Scheiße! Ich schieß doch schon! Ach, das ziel im Visier! Oh, oh! Oh, oh! Hinten! Ach, den Platz! Schieß auf die Reifen! Das ist ein verdammtes... Oh, Kacke! Oh, Kacke! Oh, Kacke! Da kommen noch mehr! Ja! Au, au! Ah! Was mach ich? Ich hab keine Ahnung, was die macht! Warum fährst du eigentlich nicht? Ich kann nicht fahren! Ich komme von oben! Oh, Gott! Scheiß verficktes Flugzeug! Ich hab ihn, hab ihn! Ich hab ihn, hab ihn! Ich hab ihn, hab ihn! Fahrt zur Hölle! Au! Ist noch ein Flugzeug? Hinter uns! Nein, hinter uns ist nix mehr! Ah, wo ist das andere Flugzeug? Ich bin im Anschluss für den Angriff! Tschüss! Jawoll! Da kommt noch eins! Ziel ausgemacht! Ich krieg das nicht! Ich krieg's, ich krieg's! Das ist gleich down! Jetzt hab ich's! Ich will heute noch nicht sterben! Nee, ich hab's nicht! Hast du's? Du wirst aber heute sterben, du Penner! Er fliegt weg! Er hat aufgegeben! Direkt vor uns! Vor uns! Er ist auch down! Oben! Karte, da hat er einen Siegflieger! Er fangt! Ah, schon wieder! Was? Die Rakete hat ihn nicht getroffen? Okay, okay, wir sind jetzt bei Johns Haus! Was? Ja, Johns Anwesen! Schnapp dir eins von Ihrem Flugzeug und folge ihm! Das ist unsere Anwesen! Okay, wir sind zum Folgen, folgen, folgen! Ja, ja, ja! Mein Gott, hier sind überall Pegis wieder! Aua! Ah! Scheiße! Ja, ja, ich bin schon unterwegs! Geh doch rein in das scheiß Flugzeug! Also! Masti, warum bist du nicht im Flieger? Ups, ich fliege hier mit ihm! Ja, dann behalte ich doch! Ah, ich komme hier nicht mehr weg! Scheiß Dreck! Geht's denn wieder nach hinten? Nach hinten? Äh, mich ist... Äh, nein! Ich hänge fest! Okay. Ja, das habe ich gewusst! Ach, du bescheuerte Scheiße! Ich komme einfach nicht raus! Warte mal, ich steige dir! Behalte ich! Der haut ab! Das ist so behindert! Dein Flugzeug stand nämlich voll im Weg! Bitte? Äh, was machst du? Ah! Gott! Ah! Okay, bin drin! Los! Los, 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 los! Scheiß Flugzeug, Alter, echt! Das ist einfach in Mainz eingestiegen, dann wäre alles gut! Flieg doch! Was machst du denn? Ich fliege! Ja, das sind noch mehr Flugzeuge! Ja, mach's jetzt echt! Sie fliehen auf einen Treffstofftank! Ich zähle die Flugzeuge auf deinen Treffstofftank! Noch mehr? Lass den Drecksack nicht herkommen! Ich mach ihn jetzt weg! Ich mach ihm sowas wie weg! Der Vater gab dir eine Chance zur Erlösung und du hast ihn weggelaufen! Sieh nur, was du getan hast! Die, den, je, Zorn, den du entfesselt hast! Ja, ja! Halt dein Maul! Oh! Jetzt, komm! Ah, fuck, Alter! Wenn du nicht so rum eiern würdest, dann würde ich ihn auch treffen! Jetzt! Verdammt nochmal! Oh! Jetzt! Komm schon, halt still! Nein! Na toll! Läufst du jetzt wieder weg? Was war das denn jetzt, bitte? Scheiße!